Die 33. Landesliteraturtage des Landes Sachsen-Anhalt sind bereits im vollen Gange. In der nächsten Woche hat das Literaturhaus Autoren aus Sachsen-Anhalt zu Gast. Am Dienstag, den 15. Oktober ab 19 Uhr, liest Thomas Rackwitz Gedichte aus 20 Jahren. Der Autor lädt ein, nach den Sternen zu greifen, Schlaf zu wandeln auf den Spuren der Liebe. Im Märchen fühlt er sich ebenso zu Hause wie in der Sprache. Thomas Rackwitz wurde 1981 in Halle-Saale geboren, er lebt im Blankenburg-Harz und schreibt Gedichte und Kinder- und Jugendbücher. Er ist Mitglied im Penn-Zentrum Deutschland und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Stadtschreiberstipendium der Stadt Halle. Am Donnerstag, den 17. Oktober, liest der aus Aschers Leben stammende Autor Michael Spürer unter anderem aus Texten, die während seines Arbeitsstipendiums der Kunststiftung entstanden sind. Eine literarische Reise durch Sachsen-Anhalt's Landschaften, seine Bevölkerung, das Universum und bis ans Ende der Zeit mit dem Autor Michael Spürer. Neben den bisher unveröffentlichten Texten ließ der Autor aus seinem Buch in Auflösung begriffen. Michael Spürer, geboren 1983 in Aschersleben, lebt in Halle-Saale. 2016 gewann er den Klopstock-Förderpreis für neue Literatur. Im mitteldeutschen Verlag erschien der Gedichtband »Auf die Äpfel« hatte der Herbst geboxt 2015.